hallo liebe zuschauer zum letzten trading tipp des tages in dieser handelswoche in china hat man neue zahlen zum online handel bekannt gegeben und da heißt es dass die umsätze um 37 prozent auf über 200 milliarden dollar angewachsen sind und da gibt es natürlich ein unternehmen das hier extrem profitiert das sind wir eingeblendet alibaba man sieht es auch am kursverlauf dass die geschäfte immer besser laufen und die aktie steht jetzt vor einem neuen ja mega kaufsignal sage ich mal es fehlen noch etwa sieben dollar bis zu einem neuen allzeithoch und ich denke mal mit den nächsten quartals zahlen das dauert zwar noch etwas wird die aktie diese hürde nehmen können und dann ja wenn wir diese diese diesen abstand hier mal oben ansetzen von 175 bis 236 dollar dann kommt man sehr schön auf 236 dollar kursziel das sind ungefähr 18 prozent und das mit einem hebel dann kommt man natürlich auch noch eine bessere performance hier ein faktor zertifikat unseres produktpartners morgen stand eingeblendet aktueller kurs 11 euro 42 faktor 3 ich habe es angesprochen 18 prozent wäre so das theoretische potenzial der aktie der faktor dürfte dann so ja zwischen 35 und 40 prozent machen dann wären wir im bereich 15 bis 16 euro im schein den stoppkurs den würde ich bei 9 euro 80 platzieren das war schon wieder für eine handelswoche schönes wochenende viel erfolg bis nächste woche Vielen Dank.